Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Kreta Erleben. Und heute schaut mal Simmer an einen ganz besonderen Ort. Da ist die Jule. Da hinten fällt gar nicht offen mit ihrer Hose. Gut getarnt. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Ort im Hintergrund kennen. Der befindet sich im Nordwesten von Kreta und wir waren heute in der Nähe und dachten, ey, gucken wir doch einfach mal vorbei. So oft schon vorbeigefahren, aber nie geschafft, mal hinzuschauen. Der Komulit ist es. Jawohl, eine Felsformation. Und wir hatten auch die Drohne mit und sind ein bisschen drüber geflogen. Es wird ein relativ kurzes Video, aber schaut euch einfach mal diese spektakulären Bilder an. Also, kommt mit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja und ich hoffe der Rundflug hat euch gefallen und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wart ihr denn schon mal hier gewesen und habt euch das Ganze angeguckt? Wenn ja, welchen Eindruck hattet ihr? Wir haben jetzt tatsächlich nur, wo wir angekommen sind, ein anderes Park gesehen, ansonsten war dieser Ort hier einfach leer. Also ihr Lieben, bis ganz bald, macht's gut!